Achtung! Fertig! Los! Achtung! Ich finde das so geil. Ich habe nicht das Frühstück. Essen auf Laude ist echt geil. Also ich habe schon vieles gesehen, aber das, was der Kollege Peter da macht, ist sensationell. Das kann ich schon öfter sehen. Oder ist das in ästhetisch man hier in die Kamera? Jetzt fange ich erst mal an. Ich muss da noch schön Ketchup drauf machen, damit es weniger geht. Wörter, Klaus. Wörter. Was sagst du denn dazu? Was? Was? Wörter. Ich bin mein ich. Wörter. Vielen Dank. 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 Yeah. 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 Yeah.